Hallo Jörg. Hallo, grüß dich. Ja, heute wieder hier und heute wieder Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Also und heute, weil wir uns so freuen, dass wir beide zusammensitzen und uns unterhalten, ist heute das Thema, wer sieht mich eigentlich? Ja, ein großes Problem für viele Leute. Ich habe tatsächlich auch da die Erfahrung gemacht, das muss man einfach mal mit einflechten. Ich kenne ganz viele Menschen, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ganz viele Menschen, die ganz viel tun und machen, immer höflich, freundlich, nett sind und sehr häufig nicht gesehen werden und sich irgendwann mal die Frage stellen, ja, wo bleibe ich eigentlich bei allem? Wann bekomme ich mal wieder etwas zurück? Wann kümmert man sich mal um mich? Wann nimmt man mich mal wahr? Das ist nicht immer so ganz einfach, kann problematisch werden. Naja, das passt ja ganz gut. Das ist ja dieses Zauberwort Wertschätzung und Erwartung tatsächlich. Und ja, wo bleibt denn der Respekt? Wo kriege ich denn meine Wertschätzung her? Aber hast du dann Rat, wie man damit umgehen kann, dass das nicht zu unschönen Situationen, zu Konfliktsituationen kommt am Ende? Ja, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich möchte hier auch nochmal mit einem kleinen Beispiel kommen. Ich habe mit vielen Firmen zu tun und es ist manchmal ganz erstaunlich, dass die Leute, die Mitarbeiter in dieser Firma, die ich jetzt zum Beispiel meine, da sind Leute dabei, die sind immer da, sind immer pünktlich, sind kaum krank. Die werden aber wenig gesehen. Es wird sich sehr häufig um andere Leute gekümmert, da wo es öfter Konflikte gibt oder schwierige Situationen. Ich glaube schon, dass es was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Dass man sich vielleicht oder dass man sich zu wenig zeigt in solchen Situationen. Und ich halte es für ganz, ganz wertvoll, hier mit dem Thema Wertschätzung vernünftig umzugehen. Und nicht nach dem Motto zu arbeiten, wer nicht kritisiert wird, der ist automatisch gelobt. Also da kennen wir ja auch so einige von. Aber ich muss es auch ein bisschen einfordern können. Also ich muss mich schon bekannt machen in diesen Situationen. Und ich darf sehr wohl, das hat nichts mit Egoismus zu tun meiner Ansicht nach, sehr wohl auch mal darauf bestehen, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas tue und keiner es sieht, dann mache ich jemanden auch mal darauf aufmerksam. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil das ist ja auch eine Erleichterung für die Führungskräfte. Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass man ist ja auch so im Trott als Führungskraft und wenn dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sagt, so jetzt war ich doch aber mal gut, lobe mich doch mal, dann kann das ja tatsächlich auch eine Brücke sein. Ja, das Loben scheint unheimlich schwierig zu sein in der heutigen Zeit. Man lässt sich oder man wird sehr selten gelobt, muss man ja nochmal dazu sagen, auch für gute Leistung. Und ich kann es nur wiederholen, also einfordern ist wichtig, für die Führungskraft absolut wichtig, bin ich auch der Meinung, dass man die Führungskraft auffordert, gesehen zu werden. Und das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Da haben wir wirklich das Problem, dass man da sehr zurückhaltend ist, wenn es um gute Sachen geht, die man selber eben halt auch macht. Man möchte es nicht so gerne an die Öffentlichkeit bringen, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob das was mit Scham zu tun hat einerseits oder das Gefühl, ich will hier nicht angeben. Für mich ist das überhaupt nicht verwerflich. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Erziehungsding. Das kann sein, dass man immer ein bisschen protestantisch nach unten guckt und sich das deswegen in der Arbeitswelt auch nicht so abholt, wie man das vielleicht braucht. Aber hast du noch einen Rat für die Führungskraft? Weil was jetzt sozusagen der Beschäftigte oder die Beschäftigte machen soll, klar. Wie kann die Führungskraft mit diesen unendlichen Erwartungen umgehen, die an sie gestellt werden? Also hier würde ich gerne an die Wahrnehmung appellieren. Also etwas wahrzunehmen als Führungskraft. Das wird ja auch noch ein Thema sein, was wir noch besprechen werden. Als Führungskraft muss ich schon sensibel auf so etwas reagieren. Ich sollte schon meine Mitarbeiter kennen und Mitarbeiterinnen, das ist eigentlich das Entscheidende, und es nicht als gegeben einfach nehmen. Und hier mal zu loben kann ja wirklich nicht so schwierig sein. Warum es nicht getan wird oder so wenig getan wird, das könnte ich nicht einmal richtig beantworten, wenn ich ehrlich bin, weil es wirklich eine Sache ist, die ganz, ganz einfach ist und man Leute auch wirklich motivieren kann. Warum das nicht ganz oben in der Liste steht, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht hat sich da auch in der Zeit etwas getan. Man tut es vielleicht nicht mehr. Kann ich nicht genau sagen. Dann nehmen wir es als Appell, oder? Würde ich so sagen. Als Appell, wirklich nochmal drauf zu achten. Und es tut uns wirklich gut. Und das hat auch was mit Gesundheit zu tun. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, gelobt zu werden. Wir freuen uns alle über ein Lob, über eine Wertschätzung. Und schade, dass es zu kurz kommt. Ja, danke Jörg. Ich möchte dich an dieser Stelle sehr loben für diesen wunderbaren Podcast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ja, danke.